So, Recording läuft. Action. Okay. So, hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar und Expertengespräch. Wir haben ja vor zwei Wochen jetzt bald das Silent Brick Pro System vorgestellt in unserem Launch Event und ich habe heute den Marcel Weber, wir sind nicht verwandt und nicht verschwägert, trotzdem gleichen Nachnamen mit dabei und wir wollen uns heute mal anschauen, was die Vorteile oder die Neuerungen in der Veeam-Welt sind, weil wir auch einige Neuerungen in der Hardware-Welt haben und dann mal schauen, wie man beide Produkte ideal zusammenbringt und damit herzlich willkommen. Marcel, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen und dann starten wir direkt durch. Ja, vielen Dank René, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Wie schon von René erwähnt, mein Name ist Marcel Weber, wir sind nicht verwandt, nicht verschwägert, werden Sie aber heute gemeinsam durch das Portfolio von Veeam und von FastLTA begleiten. Und ja, ich bin System Engineer bei der Veeam. Dementsprechend schauen wir uns doch jetzt einfach mal die Neuerungen in der Plattform an, die wir dieses Jahr mit reingebracht haben und auch einen kleinen Ausblick, was noch so kommen wird. Das grundlegende Thema, das wir in der Branche sehen und eben die Herausforderungen, die wir damit einhergehen, sind natürlich auch die Themen, die wir in der Plattform adressieren. Und ja, das Thema, was wir seit Jahren alle schon kennen, die Datenexplosion, das ist, denke ich, ein Gesetz. Das ist sicher, dass die Daten immer größer werden, die wir haben und natürlich auch immer mehr Daten hinzukommen. Und dementsprechend werden auch die Infrastrukturen, die wir dafür benötigen, immer komplexer. Trotzdem haben wir weiterhin den Zyklus, was die Hardware-Modernisierung angeht, im Durchschnitt auf drei Jahre. Dementsprechend brauchen wir sichere Methoden, um diese Daten zu verwalten. Und sichere Methoden habe ich hier ganz bewusst gesagt, denn das sehen wir hier ganz rechts, die Bedrohung durch Ransomware ist leider noch immer allgegenwärtig. Und dementsprechend braucht es eben hier eine Lösung, die Datenresilienz schafft, um eben all diese Daten, so groß sie auch immer werden mögen, sicher verwalten zu können. Vielleicht ganz kurz an der Stelle, du hast gerade gesagt, Zunahme Ransomware und Komplexität in dem Bereich. Ich habe da eine Studie gesehen, die war sogar von euch, glaube ich, von 2022, weil ich häufig dann im Gespräch höre, wieso soll ich mich vor Ransomware schützen? Ich habe ja mein Backup, das macht schon alles. Inzwischen 96 Prozent der Angriffe gehen aufs Backup. Das vielleicht mal im Hinterkopf behalten, weil natürlich ist ja ein Geschäftsmodell und wenn ich ein Geschäftsmodell zerstören will, dann gehe ich auf das, was mir hilft, da wieder rauszukommen und das ist in dem Fall das Backup. Das heißt auch hier, Ransomware ein Riesenthema, oder? Leider ja, genau. Genau, wir führen jährlich den Ransomware-Report durch und da kann man eben gut rauslesen, dass es seit Jahren immer noch das Thema schlechthin ist, in dem es eben geht, hier beim Thema Backup. Und das Ziel ist es tatsächlich, wie du schon gesagt hast, den Geldhahn dieser Angreifer zuzudrehen. Das sind organisierte Verbrechen letztlich. Ja, da ist ziemlich viel Kohle auch im Umlauf und das Ziel kann man eben nur erreichen, indem man sich selbst schützt, um eben nicht diese Lösegeldforderungen zahlen zu müssen und dann hoffen zu müssen, dass die Daten wieder hergestellt werden. Und das noch abschließend dazu, bitte nicht vom Opfer zum Kunden werden, denn das sehen wir ja auch in diesen Reports. Wer einmal angegriffen wurde und bezahlt hat, der landet in der Statistik bei den Angreifern weit oben, denn wer einmal gezahlt hat, macht das vielleicht auch ein zweites Mal. Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit, ein zweites oder drittes Mal angegriffen zu werden, relativ hoch. Ein lukratives Opfer. Genau, darum geht es, das zu vermeiden. Dementsprechend hier mit dem Thema Datenresilienz, wie Sie sehen, aus fünf Bereichen bestehend. Klassischerweise, das kaufen Sie mir wahrscheinlich direkt ab, Datensicherung. Das ist das Thema, mit dem wir uns seit Jahren beschäftigen, aber es ist eben nur die Basis. Denn das, worum es hier eigentlich geht, ist die Datenwiederherstellung. Das ist ja Sinn und Zweck der Sicherung. Nicht grüne Häkchen in der Konsole sehen und sich darüber freuen, sondern tatsächlich die Daten, die wir gesichert haben, auch immer effizient und schnell wiederherstellen zu können. Der nächste Faktor hier, die Datenfreiheit rechts unten, beschreibt letztlich einfach das Modell, egal woher sie kommen. Die Daten, wir können sie überall hin wiederherstellen. Lokal in die Cloud, von der Cloud wieder lokal in die Infrastruktur zurück oder zwischen verschiedenen Hypervisoren ist hier letztlich alles möglich. Darf ich da ganz kurz unterbrechen? Datenfreiheit, wenn du sagst, man kann überall hin wieder restoren, also jetzt auch in die Cloud zum Beispiel. Ist das dann auch ein gängiges Szenario? Oder ich hole mal ein bisschen aus, weil ich habe immer die Frage in meinen Webinaren, was spricht denn gegen die Sicherung in die Cloud? Meiner Meinung nach ist das auf jeden Fall mal der Restore. Du hast oben auch Datenwiederherstellung. Das ist ja was, was man regelmäßig testen sollte. Das ist das eine, dass ich die Daten halt regelmäßig auch wieder runterziehen muss. Aber ich sage auch immer, wenn ich meine Daten natürlich in der Cloud dann wieder anstarte und dort laufen lasse, dann mag das ein sinnvolles Szenario sein. Aber ist das tatsächlich auch realistisch, dass ich sage, ich ziehe meine komplette Infrastruktur einfach über das Backup in die Cloud um und danach laufe ich in der Cloud weiter? Macht das Sinn? Das ist das klassische Lift and Shift, was du ansprichst. Und da ist eben tatsächlich zu beobachten, wenn man diesen Lift and Shift einfach durchführt, sprich einfach Workloads, die vorher lokal liefen, in Richtung Cloud zu migrieren, dann wird es irgendwann zu einem Verdruss kommen in der Cloud, weil die Kosten da wirklich explodieren. Also wenn man in die Cloud geht, dann wirklich nativ. Ein Beispiel Entra-ID zu nutzen als nativen Cloud-Workload, anstatt den Domain-Controller einfach zu migrieren. Und das, was wir hier als Ansatz verfolgen, ist letztlich die Freiheit, das man sowohl als auch nutzen kann. Nicht muss, aber eben die Freiheit hat, denn wir wissen im Endeffekt nicht, wie das Worst-Case-Szenario dann ausschaut. Und von daher ist die Freiheit hier extremst wichtig, auf alle Plattformen, die eben hier unterstützt sind, wiederherstellen zu können. Sehr gut. Der vierte Punkt, um von der Datenfreiheit auf die Sicherheit zu kommen, ist natürlich die absolute Basis für diese Resilienz. Denn wenn die Daten, die ich dort ablege, im Backup nicht sicher vorgehalten werden, dann habe ich eben diesen Ransomware-Schutz nicht integriert. Das ist dann auch ein großer Baustein, auf den wir dann gleich noch zu sprechen kommen. Und last but not least, Datenintelligenz, finde ich hier ganz schön formuliert. Letztlich nichts anderes, als dass wir diese Backup-Daten nicht einfach nur auf dem Storage liegen lassen und darauf warten, dass man die vielleicht irgendwann mal wieder für den Restore braucht, sondern dass wir diese Daten intelligent nutzen, um Analysen zu fahren, aber auch intelligent nutzen, um inhaltlich zu scannen und auch Restore-Tests zu fahren. Sprich, wir arbeiten mit den Daten, um daraus Mehrwerte zu generieren und auch letztlich eine höhere Sicherheitsstufe hier einzuziehen, weil wir eben vor dem Desasterfall wissen, was los ist und wie wir reagieren können. Hast du was ganz Wichtiges gesagt? Restore-Tests fahren. Das ist mein Appell an jeden, den ich am Telefon habe, an jeden, den ich im Webinar habe. Vergesst die Restore-Tests nicht, weil Backup ist kein Restore. Ja, richtig. Eine weitere Gemeinsamheit, nicht nur der Nachname, auch der Push in Richtung Beachten des Restores. Genau. Sehr schön. Ja, jetzt haben wir gerade eben die Datenfreiheit gesehen. Du hattest ja auch die Frage gestellt, wie schaut es aus mit Cloud oder lokalen Infrastrukturen? Die Message, die wir hier sehen auf der Folie, ist, denke ich, ganz klar. Wir unterstützen alle Workloads, die man irgendwie auf den gängigsten Plattformen betreiben kann. Und wie man hier im rechten Bereich gut sehen kann, es sind auch eine Menge Updates dabei, die wir alleine in 2024 gebracht haben. Viele Bereiche in der Cloud, aber auch jetzt im jüngsten Release in der 12.2. Proxmox-Unterstützung und auch MongoDB-Unterstützung. Und ich denke, gerade Proxmox war hier gefragt am Markt, weil es eben momentan große Unsicherheiten gibt. Und auch hier eben die Message, die wir da rausgeben können, egal für welchen Workload, für welche Plattform Sie sich entscheiden. Es ist letztlich alles supported und Sie können auch alte Backups von alten Plattformen auf neue Plattformen überspielen. Also es geht hier nicht nur um das Migrationsszenario, sondern auch darum, auf alte Backups zugreifen zu können, selbst wenn ich schon lange in einer neuen Plattform unterwegs bin. Das ist natürlich auch so ein langfristiger Ansatz. Wenn ich mir jetzt überlege, welche Backup-Software führe ich ein und möchte ich vielleicht irgendwann mal die Plattform unten drunter wechseln, dass ich dann wirklich auch historische Backups wiederherstellen kann. Das ist, glaube ich, auch was, was häufig hinten runterfällt oder was man vergisst zu bedenken. Genau. Und diese Wiederherstellung eben auch effizient durchzuführen, ohne dass ich die gesamte Infrastruktur, wie sie vorher mal gegeben war, wiederherstellen muss, sondern wirklich nur diesen einzelnen Workload oder nur die Daten rausziehen. Das ist dann eben jederzeit machbar. Spannend. Und zusätzlich, ja, wir haben echt einiges, was noch in der Pipe ist und was wir noch in 2024 tatsächlich auf der Roadmap haben, sind die Themen Etra-ID und Azure Data Lake, die wir dann mit supporten als Workloads in der Sicherung. Und gerade Etra-ID ist hier eben auch schon lange am Markt gefragt. Gar nicht so trivial zu integrieren in der Software, weil es ja auch einiges zu beachten gibt. Aber wie gesagt, wird in Backup und Replication im nächsten Update dann auch Einzug halten. Cool. Da kann ich mir vorstellen, dass es recht komplex ist. Es ist ja doch ziemlich verknüpft alles. Genau, weil Etra-ID ist nicht einfach nur, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, der Domain-Kontrolle in der Cloud. Das sind viele Services, die da tief miteinander interagieren. Und das muss natürlich auch beim Restore berücksichtigt werden. Und das ist uns eben auch wichtig. Man sieht es ganz oben, Native APIs. Wir können eben alle Workloads genau dorthin zurückspielen, wo sie herkommen. Und genau in dem Format, in dem wir sie auch rauslesen. Sprich, wenn wir sagen, wir können etwas sichern, dann sagen wir auch gleichzeitig, wir können es auch wieder herstellen. Und das eben nicht als Export in ZIP-Archiv, sondern eben auch nativ in die Applikation, wo die Daten auch herkommen. Genau. Das, was wir dafür natürlich brauchen, wir erinnern uns an die erste Folie, die Bedrohung durch Ransomware, ist eben genau der Schutz gegen diese Ransomware. Und hier können wir eben mit Stolz verkünden, dass wir von Tag 1 an, dadurch, dass wir eben als Backup-Software interagieren, mehr oder weniger die Zero-Trust-Architektur immer mit berücksichtigt haben. Das ist genau das, was wir hier sehen. Ganz einfach erklärt, die Produktion ist immer vom Backup getrennt. Das ist, denke ich, für jeden einleuchtend. Ich würde meine Backup-Daten niemals in die Produktivumgebung legen, denn genau dafür ist ja das Backup da. Wenn die Produktivumgebung in Mitleidenschaft gezogen wird, bleiben die Backup-Daten erhalten. Dementsprechend müssen diese autark von der Produktivumgebung vorgehalten werden. Und ich hoffe, das ist auch bei jedem der Fall. Zusätzlich sagen wir aber, der Software-Stack, also letztlich die Intelligenz, die Verwaltung im Bereich Backup, auch das gehört getrennt vom Backup-Storage. Denn, René, du hast es vorhin schon richtig gesagt, die Angriffe einer Ransomware zielen eben zu mehr als 90 Prozent in Richtung Backup-Infrastruktur. Wie wir uns auf Backup-Speicherebene absichern, kommen wir gleich noch detailliert dazu. Letztlich können wir aber hier durch diese Zero-Trust-Architektur es ganz einfach verschmerzen, wenn die Software angegriffen wird. Auch die können wir natürlich härten. Aber im Endeffekt ist es gar nicht so schlimm, wenn wir diesen Software-Layer verlieren. Denn wir können mit einer ganz normalen Grundinstallation oder vielleicht auch mit einem Recovery-Orchestrator, der separat läuft, direkt wieder die Backups anbinden und in den Restore gehen, ohne großartig Zeit zu verlieren. Und das geht eben nur mit dieser Zero-Trust-Architektur, wenn eben auch die Backup-Daten, die wir dort vorhalten, letztlich autark von der Backup-Software sind. Und genau das ist hier eben umgesetzt. Das ist ja genauso wie bei uns. Wir haben ja auch unser transportables Medium. Das kann ich jederzeit rausnehmen, irgendwo anders wieder reinschieben und alle Informationen zu dem Medium, wie die Freigaben, wie die Daten natürlich, ganz wichtig, sind dann auch wieder vorhanden. Und ich glaube, genau dieser Vorteil, dass ihr die Daten so ablegt, dass man sie jederzeit wieder zurücklesen kann, also egal von welcher Instanz. Also ich kann mir einen neuen Veeam-Server aufsetzen, kann die Daten wieder zurücklesen. Das spielt uns auch sehr, sehr an die Karten, weil wir gerade im Bereich der Immutability, da nehme ich jetzt schon ein bisschen was vorweg, aber ich sage es trotzdem kurz, im Bereich der Immutability auch mit einer Snapshot-Rotation arbeiten können. Das heißt, man kann auch an jedem beliebigen Stand in die Vergangenheit zurückgehen und sagen, ich hätte aber trotzdem gerne das Backup von vor zwei Wochen und dann kann ich es Veeam wieder präsentieren und Veeam kann damit auch was anfangen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist nicht immer gegeben. Genau, das ist eine ganz schöne Analogie, denn unsere Backup-Daten, auch wenn sie komprimiert und dedupliziert sind, beinhalten eben immer alle Informationen, die notwendig sind, um in den Restore zu gehen und da ist es ganz egal, ob man eine gesamte virtuelle Maschine wiederherstellen will, einzelne Files oder vielleicht auch einfach nur Applikationsdaten. Alle Infos, die ich brauche, sind in der Backup-Datei enthalten und werden dann eben durch Immutability so geschützt, dass sie auch einen Angriff überstehen und dementsprechend ist man dann eben auch gewappnet, sollte der Angriff in Richtung Backup-Storage tatsächlich versucht werden. Was mir auch auffällt hier als Übergang zu uns, ist, dass tatsächlich, wenn ich jetzt diesen Zero-Trust-Ansatz nehme und du hast gerade gesagt, die Logik und den Speicher voneinander trennen, das ist ja genau das, was bei uns im sichersten Modus hinten raus dann auch passiert. Das heißt, ich entnehme den Speicher aus dem Gerät, das heißt auch aus der Logik sozusagen, die die Daten ansteuert, entnehme ich das Medium und habe es damit auch nochmal getrennt. Das heißt, ich habe eigentlich eine Zero-Trust-Architektur am Ende, wenn es Veeben und FastLTA zusammenfinden. Genau, richtig. Und das ist eben hier wichtig, deswegen ist der Backup-Speicher getrennt nochmal aufgeführt. Einmal natürlich die Umsetzung der 3.2.1-Regel, aber eben auch überhaupt die Fähigkeit, sich hier komplett abzukapseln. Wir sehen hier auch keinen Zugriff auf Root und OS. Letztlich war einfach gesagt, es gibt keine Angriffsfläche in Richtung Storage, außer, dass jemand physisch Zugriff erlangt auf die Systeme, quasi mit der Axt durchs RZ rennt und alles zerstört. Und genau darum geht es hier. Also das Ganze steht und fällt natürlich mit einem sicheren Storage, der damit angebunden wird. Das hätte ich früher nicht sagen können. Sehr gut. Genau, hier im letzten Schaubild von unserer Seite aus sehen wir nochmal ganz gut, welche Bereiche hier alle ineinander greifen. Letztlich geht es hier darum, dass dieser Ransomware-Schutz eben nicht nur ein einzelnes Feature in der Software oder eben ein einzelnes Feature auf der Hardware ist, sondern es sind eben viel mehr Bereiche, die letztlich noch dazugehören. Wie wir das hier in der Mitte sehen, Erkennung von Bedrohungen. Absolute Basis sind natürlich das unveränderliche Backup, sprich die Immutability. Trotzdem haben wir zur Linken noch eine Erweiterung, die nicht zu verachten ist. Und zwar ist das die Inline-Mailware-Detection, die tatsächlich während des eigentlichen Backup-Vorgangs einfach mitläuft und eben die Inhalte des Backups scannt. Und ja, letztlich sagen wir hier ganz vereinfacht formuliert, wir haben ja alle Änderungen, die sich ergeben in der Umgebung, mindestens einmal täglich in der Hand. Warum nutzen wir das nicht als Angriffspunkt, um eben dort reinzuschauen in die Änderungen und zu analysieren auf Basis eines KI-Algorithmus, ob das jetzt normale Änderungen sind, die sich eben in dieser Umgebung so abzeichnen, oder ob es hier Anomalien gibt, auf die man dann hinweisen muss. Wenn es Anomalien gibt, dann wird das wirklich live während des Backup-Vorgangs gemeldet. Und hier sieht man auch schön die Fallrichtung zu den SIEM-Integrationen. Hier kann man eben vorhandene Tools mit anbinden und im Übrigen auch Sophos MDA oder jetzt auch Palo Alto als Integration, letztlich Managed Detection Response, dass man eben die Services, die man hier im Bereich Security schon nutzt, auch mit dem Backup-System interagieren lässt, um möglichst schnell herauszufinden, wenn irgendwas im Magen ist und das möglichst vor der eigentlichen Verschüsselung der Umgebung, damit man eben die Downtime möglichst reduziert. Rechts von diesem unveränderlichen Backup sehen wir die JARA-Rules oder die JARA-Regeln. Das ist letztlich nichts anderes, als dass wir nicht während des Backup-Vorgangs scannen, sondern quasi nachgelagert auf den vorhandenen Backups. Und hier kann man sich schön vorstellen, wir haben ja nicht immer nur ein Backup mit einem Retention-Point vorliegen, sondern wir haben ja quasi die gesamte Historie über die letzten Tage, Wochen oder vielleicht auch Monate auf Disk vorliegen. Dementsprechend können wir hier mit den JARA-Rules genau definieren, wie der Angreifer ausschaut, wie man ihn erkennen kann. Wir können dann im Backup retrospektiv quasi die gesamte Historie durchleuchten und herausfinden, welche Systeme sind betroffen und seit wann sind diese Systeme betroffen. Und das ist eben hier extremst wichtig, dass man mit den Backup-Daten arbeiten kann und dann eben sehr effizient herauslesen kann, wann sich der Angreifer wo befunden hat. Und last but not least, wenn wir wissen, wo er liegt und wie er ausschaut, können wir natürlich die Workloads auch bereinigen. Sprich, dann sind wir rechts in dem Bereich schnelle, saubere Wiederherstellung. Wir können im Restore-Fall eben alle Workloads von diesem Angreifer bereinigen und dementsprechend in einen sauberen Restore dann gehen. Das heißt, diese JARA-Regeln oder JARA-Rules greifen direkt in das Backup rein und durchforsten oder durchsuchen quasi die Backups, die geschrieben wurden, nach Patterns oder nach Vorkommen von irgendwelchen definierten Zeichenketten oder Ähnlichem. Genau. Was man hier wissen muss, das ist ein inhaltsbasierender Scannen. Wir können also wirklich Muster, Bittenmuster zum Beispiel mitgeben, die beschreiben, wie der Angreifer ausschaut. Beliebtes Beispiel sind immer Kreditkartennummern, bei denen man eben vier Felder hat oder vier Blöcke hat von jeweils vier Ziffern. Und so kann man wirklich alle Inhalte aller Maschinen durchsuchen und findet dann sämtliche Kreditkartendaten, die irgendwo abgelegt waren. Und in dem Muster kann man natürlich auch genau beschreiben, wie sich der Angreifer dann zu erkennen gibt. Da hilft ein schneller Speicher, glaube ich, viel. Richtig. Denn das ist natürlich der Riesenunterschied. Wenn wir in den Backup-Storage reinschreiben, dann passiert das Ganze auf Block-Ebene. Das heißt, wir können relativ große Daten am Block sequenziell runterschreiben. Wenn wir mit den JARA-Rules lesen wollen aus diesem Storage, ist das natürlich, wenn wir auf Inhaltsebene scannen, auf Dateiebene, das Ganze deutlich kleinteiliger. Dementsprechend braucht es hier einen performanten Storage, um da eben möglichst schnell alle Daten durchforsten zu können. Spannend. Spannend ist auch tatsächlich unten die Reaktion auf Vorfälle. Also letztlich die Basis, die wir hier unten sehen. Kaufwehr bei Veeam. Neuer Bestandteil jetzt aus unserem Cyber-Secure-Programm. Und da geht es letztlich darum, dass wir alle Kunden begleiten in dem ganzen Lebenszyklus, wenn man eben von einer Ransomware betroffen wurde. Und das Erste, was wir hier zu linken sehen, ist die forensische Analyse. Das ist genau das, wo die JARA-Rules hier ihre Karten voll ausspielen können, weil wir hier eben in Kombination, gerade mit einem schnellen Storage, diese forensische Analyse deutlich beschleunigen können. und dementsprechend viel schneller in die Richtung kommen, dass wir wieder anlaufen können. Und auf diesem Weg zum Wiederanlaufen kommen wir dann halt zu den Verhandlungen, also tatsächlich mit den Angreifern verhandeln, um möglichst viel auch von den Angreifern zu erfahren. Was hier auch wichtig ist, Sie sehen es unten, Coveware beinhaltet die größte kommerzielle Datenbank mit Daten zu diesen Vorfällen. Das heißt, je mehr wir vom Angreifer wissen, desto eher können wir auf vorhandene Daten aus anderen Vorfällen Rückschlüsse ziehen und desto eher können wir auch diese forensische Analyse beschleunigen, weil wir dann eben genau wissen, wie die Angreifer ausschauen und dementsprechend können wir die dann schnell identifizieren und bereinigen. Und wichtig ist natürlich, das ist ein Ziel, Abrechnung, falls erforderlich. Ziel ist natürlich nicht zu bezahlen, aber wenn, dann wäre es natürlich gut, wenn das Geld dort ankommt, wo es ankommen muss, damit der Angreifer dann den Schlüssel auch wieder rausrückt. Und das ist dann eben der nächste Part, Entschlüsseln bzw. Restoren, um eben an die Daten wieder heranzukommen. Und last but not least, ganz wichtig, alles dokumentieren nach dem Vorfall, um sich dann eben zu schützen, sprich präventive Maßnahmen dann einzuleiten und um eben auch das Wissen, was man hier generiert hat, dann weitergeben zu können, um in Zukunft einfach diesen Angreifer, den Chaos zu machen. Super spannend. Ein End-to-End-Schutz vor Ransomware. Ich finde auch super, dass oben SWAT-Team drinsteht. Das zeigt auch gleich, dass es da um Reaktionen und um proaktive Reaktionen geht. Und ich glaube tatsächlich, dieses End-to-End-Schutz, das übernehme ich jetzt direkt oder auch Abrechnungen, falls erforderlich, weil eigentlich will ich es ja nicht. Das heißt, wir schauen uns mal an, wie wir dann hinten raus in den Backup-Speicher die Sicherheit so erhöhen können, dass ich keine Abrechnung brauche und der End-to-End-Schutz sich bis in den Speicher durchzieht. Genau. Basis ist das unveränderliche Backup und das können wir uns jetzt mal gerne anschauen, wie es umzusetzen ist. Es ist eigentlich total einfach umzusetzen, weil Datensicherheit kann ich auf viele unterschiedliche Arten schaffen. Und wir als FastLTA sind da sehr spezialisiert auf das Thema Datensicherheit. Deswegen steht ja auch ganz groß Zero-Loss oben mit dabei. Also zu Zero-Trust kommt noch Zero-Loss mit dazu. Und für Zero-Loss muss ich natürlich viel tun. Jetzt sind hier ein paar Beispiele mit drin. Immutability ist gerade eben schon gefallen. Das heißt, ich muss meine Backup-Daten, die geschrieben wurden, so schützen, dass sie weder gelöscht noch verändert werden können durch Angreifer. Der AirGap ist ein super Beispiel, wie ich Daten sehr einfach absichern kann. Der AirGap hat aber wieder den Nachteil, dass ich ihn nicht verfügbar habe. Das heißt, gerade in der Forensik nicht direkt darauf zugreifen kann, möglicherweise. Und wenn ich darauf zugreifen kann, dann brauche ich natürlich einen AirGap, der auch entsprechend performant ist. Chargen-Mix, das ist jetzt was, was wir bei uns in den Produkten ganz explizit schon immer mit drinnen haben, dass wir nicht auf einen Hersteller von Festplatten, SSDs oder NVMe, wo wir jetzt gerade unterwegs sind, setzen, sondern dass wir tatsächlich unterschiedliche Hersteller oder Chargen nutzen, die Daten auch permanent im Hintergrund prüfen. Das ist die digitale Auditierung. Und das Ganze kriegt noch eine Wartung drüber, bis zu zehn Jahre auf das System. Und das klingt ja eigentlich schon so direkt nach super, kaufe ich. Das ist ja die Lösung für alles. Aber das Problem ist, die eine Lösung für alles ist immer schwer zu finden, weil wenn ich mir mein Backup dann ein bisschen genauer anschaue, dann komme ich immer in so ein Spannungsfeld rein, weil ich möchte ja am Ende den Restore absichern, auch meine Restore-Tests regelmäßig machen natürlich. Ich möchte in meinen vorgegebenen RPO- und RTO-Zeiten bleiben. Das heißt, meine Daten müssen in einer gewissen Geschwindigkeit zurückkommen. Sie dürfen maximal so und so alt sein. Das heißt, ich brauche schon unten drunter, was performant ist, wo ich die Daten auch wirklich schnell wieder zurückbekomme und auch schnell loswerde. Schnell zurückbekommen ist auch wieder das Thema mit dem sicheren Restore. Das heißt, es überschneidet sich da. Dann die Frage mit den Cyberangriffen. Das passt jetzt gut zu der Folie davor. Das heißt, wie kann ich mich dagegen schützen, dass ein Angreifer von außen mir auch die Daten verändert? Dann gehe ich nochmal nach links oben. Eine längere Absicherung, weil ich glaube, das ist auch jedem klar, das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen, wenn ich Forensik betreibe, dann ist es nicht auf den Daten, die gestern geschrieben wurden, sondern ich brauche vielleicht ein bisschen mehr Historie. Das ist vielleicht ganz wichtig zu erwähnen. Wie lange ist denn so ein Angreifer im System unbemerkt, bis er dann mal zuschlägt? Und da reden wir in Ernstfällen tatsächlich von Minuten. Aber was deutlich häufiger anzusehen ist oder zu sehen ist im Feld, sind mehrere Monate. Dementsprechend ist diese längere Absicherung gerade für die Forensik extremst wichtig. Genau, ich habe mal irgendwas gelesen mit, das ist auch schon ein paar Jahre her, bis zu neun Monate im Unternehmen. Ich glaube, das ist inzwischen auch überholt. Ich glaube, jetzt ist man inzwischen auch schon bei einem Jahr angekommen, weil häufig wirklich diese Angriffe von langer Hand vorbereitet werden. Ich meine, ich muss mir vorstellen, ich muss erst mal in das System reinkommen, dann versuche ich erst mal, dass ich dort Zugriffsrechte erlange, sogenannte Golden Ticket kriege, das heißt, ich mache mich selber zum Admin in irgendeiner Form und dann geht das Ganze auch deutlich schneller, weil dann habe ich keine Hindernisse mehr und dann kann ich mich da durchforsten. Da hilft natürlich auch sowas wie Multifaktor-Authentifizierung, habt ihr drin, haben wir drinnen. Das schützt schon mal ganz massiv, aber am Ende, wenn jemand lang genug drinnen ist, hat er auch viel, viel Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und dann ist natürlich im Forensikfall das ältere Backup häufig sehr hilfreich, weil ich dann eben schauen kann, wann ist der Angriff passiert, wann ist er reingekommen, wie waren die Wege und das Ganze rekonstruieren kann. Bei allem, was man hier sieht, irgendwie könnte man es schon zusammenbekommen, wenn nicht unten der letzte Punkt Budget wäre, weil das Ganze muss natürlich auch bezahlbar bleiben und da, wie sagt man, in Bayern beißt es dann meistens aus. Deswegen ist immer zielführend, sich das Backup ein bisschen aufzutrennen, zu überlegen, zum einen mal, welche Datenklassen habe ich? An der Stelle nochmal Werbung für unser Silent-Cube-System, das heißt, wenn ich Archivdaten habe, die sich nicht mehr ändern, im Idealfall direkt ab der Entstehung in der Quelle in ein Archivsystem schieben, dann habe ich im Backup schon mal deutlich weniger Daten, die ich dann auch schneller wieder herstellen kann, das geht ja alles Hand in Hand und danach schaue ich mir die Daten an, die ich übrig habe, definiere, welche von den Daten haben welche RPO- und RTO-Zeiten, das muss ja nicht alles dasselbe sein, sicherlich ist der Domain-Controller schneller wieder herzustellen, als mein Netzwerkspeicher, wo die Katzenfotos der Abteilung drauf liegen, also da kann man auch nochmal ein bisschen ein bisschen unterscheiden und am Ende baut man sich dann darüber ein Backup-Konzept auf des mehrstufiges. Mehrstufig bedeutet, ich muss mir überlegen, welche Instanzen habe ich in die erste Instanz, aus meiner Sicht, Marcel, du darfst mich gerne jederzeit korrigieren, ist die Instanz, die die Daten jetzt nicht für die nächsten 500 Jahre aufhebt, sondern eher eine kurze Zeit, aber dafür extrem schnell und extrem verfügbar ist. Das ist der erste Punkt, danke, das ist der erste Punkt, wo ich reingreife, wo ich schaue, dass ich meine Daten wieder herstelle. Ich sage auch immer dazu, das ist auch mit das klassische Backup, so wie man es vor Ransomware hatte, wenn ich meinen Domain-Controller zerschieße, muss ich so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommen und zwar nicht auf einen Stand von vor einem Monat, sondern auf den Stand von dem letzten Backup und das ist idealerweise so nah wie möglich dran. Das heißt, hier brauche ich einen Speicher, der mir einen hohen I.O. generiert, wo ich meine nicht nur Sure-Backups fahren kann zum Testen, auch wichtig, an der Stelle nochmal Recovery-Tests, sondern wo ich auch neben den Sure-Backups meine Instant-Recoveries fahren kann, wo ich die Maschinen hochstarte, Instant anziehe und damit direkt arbeite. Jetzt will ich ja die Daten nicht ewig aufheben, weil sonst hätten wir genau wieder das Thema mit dem Budget von der letzten Seite, sondern ich schaue, dass ich jetzt die Daten in ein zweites Backup-Ziel mit überführe, das heißt eine Kopie dieser Daten, die dann dort aber länger aufbewahrt werden und damit ändert sich auch die Anforderung. Die Anforderung ist hier eher die Bandbreite, weniger der I.O., also mehr der Durchsatz, ich muss die Backup schnell loswerden, im Worst Case auch natürlich schnell wieder zurückbekommen, aber nicht permanent drin arbeiten in der gleichen Form. Die Aufbewahrungszeiten werden deutlich länger, wir haben es gerade gesagt, bis zu neun Monate oder vielleicht sogar ein Jahr ist der Angreifer schon im Unternehmen, das heißt, ich brauche ein Backup, was auch so weit zurückgeht, in dem ich aber auch Suchen und Forensik betreiben kann und idealerweise hier auch schon mit der Software Immutability. Warum? Ganz einfach, sonst habe ich keine Absicherung gegen einen Angriff und mir bleibt nur noch der Air Gap als letzte Instanz und jeden Tag etwas rausziehen und im Tresor legen und das über Wochen und über Monate zu machen, kann ich nur mit Medien erschlagen, die so gut wie nichts kosten und auch noch schnell genug sind für den Restore und da wird es dann auch schon sehr dünn. Deswegen in der Mitte nochmal dieses Backup-Ziel mit einziehen, das mir eine Immutability mitbringt, quasi die Hürde extrem hoch setzt über die Software Immutability, dass ein Angreifer wirklich sehr, sehr lange damit beschäftigt ist und im Idealfall diese Hürde gar nicht reißen kann. Aber am Ende, wir sind nicht umsonst diejenigen, die einen Hardware-Warmchip in ihrem Archivprodukt verbauen, am Ende ist nur ein Hardware-Schutz ein wirklicher Schutz, weil Software kann nicht in irgendeiner Form immer angreifen, also nichts gegen euch, das kann passieren und das geht natürlich genauso in jedem Backup-Speicher, der draußen unterwegs ist. Wenn das ganze Software-seitig abgesichert ist, gibt es einen Angriffsvektor, wenn ich in das System reinkomme und kann es aushebeln, deswegen in der letzten Instanz, der Airgap, die physikalische Trennung der Daten von der Logik, da sind wir wieder dabei, schützt dann wirklich maximal gegen Veränderung und besser Daten trennen, als sie in die Hand zu nehmen und mitzunehmen kann man heutzutage nicht. Was ich hier in der Hand habe, ist übrigens der neue Silent Brick Pro, ganz kurzer Werbeblock an der Stelle. Der Silent Brick Pro ist jetzt inzwischen mit 12 NVMe's ausgestattet, 12 NVMe's auch wieder von unterschiedlichen Chargen und bietet mir nicht nur extrem hohe Packungsdichte mit bis zu 96 Terabyte pro transportablem Medium, sondern auch eine sehr hohe Geschwindigkeit und ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt mal an. Und da bin ich sehr froh, dass ich die dabei habe, Marcel, weil du kannst die VM-Logs glaube ich besser lesen als ich und deswegen habe ich als erstes mal ein Backup gemacht, als erstes Backup-Ziel auf genau diesen hier, ein einzelner Silent Brick Pro in einem einzelnen Silent Brick Controller Pro, also die neueste Variante, aber beides nur einzeln ausgestattet, keine Multinode Cluster oder ähnliches, sondern ein Brick in einem Controller und habe da mal über die 100G-Leitung out of the box ein paar VM-Proxies Backups draufschreiben lassen. In dem Beispiel waren es, man sieht es ganz schön, ein paar Restored Backups, also einfach eine gemischte Workload, die ich irgendwann mal generiert habe. Ich muss zugeben, ich war recht beeindruckt von den 4,7 GB pro Sekunde, die wir hier im Durchsatz schaffen. Also ich finde, das ist schon ganz ordentlich und vor allem, was auch noch schön ist, da sind wir wieder beim Thema Kosteneinsparen und Budget, durch den FastClone Support, den ihr schon länger im Produkt habt oder auch Raffling Support genannt, kann ich die Datenmenge auch nochmal deutlich reduzieren. Das heißt, ich schreibe nur noch ein Full Backup, danach nur noch inkrementell und meine synthetischen Full Backups verbrauchen keinen weiteren Speicherplatz mehr. Hat den Vorteil, die Generierung der synthetischen Full Backups wird deutlich schneller, hat den Vorteil, es verbraucht keinen zusätzlichen Speicherplatz, also schneller, kompakter, und das Ganze mit der Geschwindigkeit, aber sag doch mal vielleicht was zu diesem Bild, weil ich sehe nur 4,7 Gigabyte pro Sekunde, das reicht mir vollkommen, um glücklich zu sein, aber vielleicht siehst du da noch mehr. Ich wollte dich in der Euphorie nicht unterbrechen, aber die Euphorie ist tatsächlich angebracht, denn das, was ich hier hervorheben kann, man sieht das so schön, die Processing Rate im Durchschnitt, 4,7 Gigabyte, wenn wir aber gucken, ja, was generell an Durchsatz anliegt, also wirklich dieses Bild anschauen, die Grafik, dann ist das eben sehr gleichmäßig und das bedeutet eben, dass dieser Durchschnitt quasi mehr oder weniger dauerhaft anliegt und das ist hier wirklich erstaunlich, dass es nicht einmal nur irgendwie eine kurze Lastspitze ist, die man jetzt hier gescreenshottet hat, sondern das ist eben die Performance, die hier tatsächlich dauerhaft erzielt wird und wie du auch schön gesagt hast, durch den Fast Clone Support hat man hier eben noch die Möglichkeit, nur initial ein Full Backup fahren zu müssen und ab dann werden nur noch Inkrements geschrieben, die letztlich referenziert werden durch das Fast Cloning oder Block Cloning. Dementsprechend hat man dann später diese Performance für die Incremental Backups und das Erstellen der Full Backups passiert dann eben auf Dateisystemebene und geht nochmal deutlich schneller vonstatten, sodass man hier quasi eine Win-Win-Situation hat, extrem schneller Storage und auch noch eine schnelle Verarbeitung und eben eine hohe Effizienz, was die Kapazität angeht, weil eben diese Full Backups durch das Block Cloning nur den Platz verbrauchen, den auch das normale Incremental Backup verbrauchen würde und dementsprechend kann man bei gleichem Platz deutlich mehr Daten speichern und René halte es nochmal stolz vor die Brust, denn es wurde jetzt tatsächlich von der Kamera so ein bisschen ausgeschnitten. Genau. Das ist wirklich nur so ein kleines Medium, von daher Hut ab, also Single Node, Single Controller, wirklich beeindruckende Zahlen. Ja, da kommen gleich nochmal Zahlen. Ich bin mal gespannt, was du da dazu sagst. Ich habe tatsächlich hier dann auch nochmal einen Test gemacht und habe mal geschaut, wie schnell werde ich im Maximum, also unterschiedliche VMs parallelisiert auf unterschiedlichen Proxys und habe mal geschaut, wo kriege ich meinen Peak, weil du gerade gesagt hast, das ist keine Singlespitze, die habe ich natürlich auch probiert, habe mal geschaut, wie weit komme ich am maximal hoch und das Maximum, was ich bei uns gesehen habe, aktuell, wie gesagt, ohne Feintuning, out of the box, angeschlossen, meine Proxys drauf, losgelassen und laufen lassen, war dann ein maximaler Durchsatz von 6,3 GB pro Sekunde. Wobei, da rundet man auf, habe ich gelernt, 6,4 GB pro Sekunde. Jedes bisschen zählt. Genau. Wobei, in der Größenordnung ist das fast schon wurscht. Genau. Was ich noch nicht gesagt habe, genau, RAID Z3, also wir verwenden ja als Filesystem unten drunter ein ZFS-Filesystem. Das ZFS-Filesystem deswegen, weil es eben extrem robust und extrem stabil ist. Ich habe ja vorne anfangs schon gesagt, Zero Loss ist bei uns so der Stempel, der auf allem draufsteht und es geht immer um die Datensicherheit und den Erhalt der Daten. Und Zero Loss ist natürlich etwas, was mir hier massiv hilft. Zero Loss sage ich, ZFS, weil ZFS eben in sich extrem stabil ist und keine Daten verliert. Extrem schön. Gehen wir mal weiter zum Backup Copy. Jetzt kann unser neues Silent Brick Pro System natürlich auch unsere Silent Brick Max, die man schon aus unseren bisherigen Silent Brick Produkten kennt, ansteuern. Das sind dann wiederum HDDs, also da gehen wir aus der NVMe-Welt weg. Es sind zwölf HDDs, die parallel angesteuert werden und auch hier habe ich nochmal einen Test gemacht. Ich habe quasi auf einen so einen Silent Brick Max die Daten geschrieben und habe mal geschaut, wie schnell das Ganze dort ist und auch hier wieder Fast Clown Support mit drin natürlich und was jetzt ganz schön ist, diese Kombination aus Fast Clown Support und den Continuous Snapshots, dass ich dadurch, dass ich eben dadurch nur noch Increments generiere oder Increments sichere über den Fast Clown Support, werden in den Snapshots auch noch die Increments gesichert. Das heißt, ich habe keine Snapshots mehr, die mir dann den Speicherplatz von Full Backups quasi absichern oder verbrauchen, weil ich muss ja die Daten nochmal irgendwo aufheben, wenn sie verändert oder gelöscht werden, damit ich eben wirklich jederzeit auch wieder zurückgehen kann, sondern es geht nur noch um die Increments. Das heißt, auch auf die längere Laufzeit schrumpft der Speicher extrem. Eigentlich kann man sagen, je mehr Wochen ich aufhebe, desto größer ist der Vorteil von diesem Fast Clown Support. Genau. Und was eben hier bei den Backup Copies auch wichtig ist, wir haben gar nicht mehr die Performance Anforderungen, weil eben, wie du es vorhin schon erwähnt hast, die Recovery Tests, auch das Instant Recovery wird ja klassischerweise aus den neuesten Backups herausgefahren. Von daher ist das hier vollkommen ausreichend und auch hier durch den Fast Clown Support letztlich immer nur auf Incremental Ebene zu sehen, weil wir eben initial das Full Backup schreiben und ab dann nur noch Incremental die Daten übertragen und auch aus dem Grund natürlich die große Performance dann nicht mehr gebraucht wird. Jetzt gibt es ja noch eine schöne Alternative zum Backup Copy. Ich sage mal, Scale-Out Backup Repository hat ja schon sehr, sehr lange Zeit hinten raus die Möglichkeit gehabt, in den Capacity Tier zu verdrängen, also in einen S3 Storage als Verdrängungsziel oder Alternativ, das hat es jetzt, glaube ich, seit der 12 drinnen. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, gibt es auch das Direct to S3. Ist korrekt, sehr gut. Genau, das heißt, zusammengefasst, der Object Store als Ziel ist auch inzwischen eine valide Option und das habe ich natürlich auch nochmal getestet, jetzt natürlich wieder mit dem NVMe-Speicher, weil wir reden hier von kleinen Objekten und das Ganze schaut so aus, auch wieder Single-Node, also ein einzelner Silent-Brick-Controller mit einem einzelnen Silent-Brick drinnen mit einem einzelnen Bucket drauf, also keine mehreren Buckets über einen Scale-Out Backup Repository, sondern wirklich ein 1 zu 1 Test, den ich habe reinlaufen lassen. Was sagst, 1,7 Gigabyte pro Sekunde? Respekt. Ja, also wirklich auch hier sehr gute Werte und natürlich, wenn man das vergleicht mit dem Diagramm, was wir gerade eben gesehen haben, bei dem wir eben nicht den Objektspeicher reinschreiben, haben wir hier natürlich jetzt niedrigere Zahlen. Was ich da aber dazu sagen muss, in Richtung Objektspeicher gelten wir quasi immer als Benchmark, weil wir hier wirklich sehr hohe Leistungsanforderungen an die Hardware haben. Der Grund, warum wir diese Leistungsanforderungen haben, ist sehr schnell erklärt, das Metadatenhandling und eben die Autarkie der Backup-Daten. Sprich, auch hier erlauben wir es uns, die Daten so abzulegen, dass man eben alles letztlich verlieren kann und einfach diese Daten in ein sauberes, neu installiertes System einliest und direkt in den Restore gehen kann. Und das ist eben ganz wichtig, dass wir nicht nochmal zentral irgendwelche Metadaten vorhalten und irgendwelche Caches pflegen, einfach nur um hier die Performance zu beschönigen. Nein, der Fokus liegt auch hier auf dem Restore und trotzdem haben wir eben mit diesem Umgang, wie wir mit dem Objektspeicher arbeiten, wirklich hervorragende Werte. Und gerade hier kann ich auch dazu sagen, gibt es viele Möglichkeiten, nochmal die Performance zu optimieren. René, du hast es schon gesagt, mehrere Objekte nutzen, Blockgröße erweitern und so weiter. Von daher ist da noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht mit den 1,7 GB in der Sekunde, weil man das eben nochmal deutlich optimieren kann. Ist es definitiv nicht, weil du hattest mir schon mal gesagt, Blockgröße 4 MB und tatsächlich, ich habe es auch gesagt, der Test war initial out of the box einfach angelegt und losgelegt. Ich habe nichts optimiert, kein Feintuning gemacht. Ich habe danach nochmal die Blockgröße auf 4 MB hochgestellt, also weg vom Default mit 1 MB hochjustiert und habe nochmal einen Test laufen lassen und da war ich dann bei 2,1 oder 2,4 GB pro Sekunde. Also auf jeden Fall nochmal eine deutliche Steigerung, aber ich denke, da ist immer noch Potenzial. Genau, und was man hier natürlich auch erwähnen muss im Objektspeicher, die Immutability, die wir aus der Software heraus direkt setzen können, also eben hier der Object-Log-Support, der ist natürlich extremst wichtig für den Ransomware-Schutz und das, was wir gerade eben für das Fast-Clone gehört haben, ist hier mehr oder weniger schon integriert, weil auch im Objektspeicher natürlich ein Forever-Forward-Inkrement gefahren werden kann, sprich auch hier ein initiales Full-Backup natürlich, ab dann aber nur noch Inkrements, die in Richtung Objektspeicher geschrieben werden. Danke für die Ergänzung. Du hattest gerade was ganz Spannendes gesagt, das kann ich jetzt direkt nehmen als Überleitung zur nächsten Folie. Du hast gesagt, dass auch beim Object-Store, also auch ein bisschen die Begründung dafür, warum ihr der Benchmark seid, dass auch im Object-Store die Daten so abgelegt sind, dass ich sie jederzeit auch wieder restoren kann, auch wenn ich meine VM verloren habe und sage, ich mache es komplett auf einer frischen Veeam-Installation oder frischen Veeam-Hardware, muss ja nicht immer VM sein, möchte ich die Daten wieder herstellen. Jetzt kann ich natürlich diese Idee weiterspinnen und sagen, ich nehme jetzt genau diesen einen Silent Brick Pro, den man auch auf dem Bild zieht, mache davon innerhalb unseres Systems, was natürlich auch nochmal extrem performant ist, eine 1 zu 1 Kopie, ziehe die raus und nutze die als Airgap. Also ich habe sozusagen die Möglichkeit, dass ich einen transportablen Object-Store rausziehe und auslagere und somit meinen Airgap direkt über den Object-Store mache. Auch ganz spannend. Quasi den Bucket in Brick. Genau. Bucket in a Brick, das klingt gut. Aber es gibt natürlich noch mehr Möglichkeiten, ich habe ja gesagt, Überleitung zur nächsten Folie. Für den Airgap klassischerweise ist bei uns tatsächlich nach wie vor die Emulation einer Tape-Library einer der wichtigsten Punkte, weil diese Emulation einer Tape-Library gibt viele Möglichkeiten mit, dass ich das System direkt steuere. Das heißt, dass Veeam, ohne dass es eine eigene API-Integration braucht, direkt sagen kann, bitte setzt das Medium online, setzt es offline, also lade es in ein Laufwerk sozusagen und nimm es wieder heraus. Das heißt, damit kann ich schon mal online und offline direkt definieren. Und ein schöner weiterer Vorteil ist, dass wir dieses Offline-Setzen auch direkt übersetzen können in einen physikalischen Eject, das ist ein physikalischen Airgap. Und das ist natürlich, wenn ich jetzt mit der echten Tape-Welt vergleiche, ein Riesenvorteil. Weil in der echten Tape-Welt, ein Tape, das ich nicht physikalisch herausnehme und das ist ein manueller Prozess, bleibt angreifbar. Egal, ob ich es in den Export-Slot geschoben habe oder nicht, man kann es jederzeit wieder einlesen oder zurückladen und dann löschen. Und das ist hier ein Riesenvorteil, weil ich kann wirklich den Brick direkt am Ende ans Backup, sobald das Backup abgeschlossen ist, physikalisch aus dem System rausschieben lassen und zwar so, dass es nicht mehr eingezogen werden kann. Da muss ich dann wirklich vor Ort gehen und den Brick wieder reinschieben und habe dann meine Daten wieder. Natürlich gibt es noch mehr Möglichkeiten, den Klon unten drunter, das wäre jetzt das Beispiel gewesen mit dem Object Store, geht natürlich auch mit dem Backup to Disk, das ich klone und dann eben herausziehe oder alternativ über eure Rotated Disk Funktionalität, wo ich dann quasi oder wo ihr erkennt, wenn hinten auf dem Backup Speicher plötzlich keine Daten mehr sind oder andere Daten sind, fangen wir mit einem neuen Full Backup an, behandeln das als neues Repository sozusagen, auch da wieder bitte korrigieren, wenn es falsch ist, und damit kann ich dann auch Medien durchrotieren oder durchtauschen. Perfekt erklärt, genau. Sehr schön, keine Korrektur. Genau, damit haben wir dann quasi alle drei Instanzen von so einem, jetzt habe ich beinahe gesagt 3-2-1-Backup, aber auf meiner Folie stand 1-2-3-Backup, also Performance-Bereich, Kapazitäts-Bereich und Air-Gap-Bereich und das Ganze mit zwei Versionen der Immutability, einmal im Software-Layer, entweder über Object-Logging oder Continuous-Snapshots, und hinten raus über den Air-Gap dann im Hardware-Layer über die physikalische Entkoppelung der Medien. Genau, jetzt hast du es mir schon vorweggenommen, ich habe mir auch schon die Worte zurechtgelegt, wer nämlich genau aufgepasst hat, 1-2-3 oder rückwärts 3-2-1, das ist nämlich genau die goldene Regel des Backups, natürlich bei uns immer ergänzt durch eine weitere 1 und 0 und die 1 steht wieder an der Stelle dann eben für Immutability respektive Air-Gap für den Ransomware-Schutz und die 0 für 0 Fehler-Toleranz und das sind dann eben die automatisierten Wiederherstellungstests, die man dann eben hier auf dem Performaten-Storage auch einfach fahren kann. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es schon gesagt haben, aber testen Sie bitte Ihre Restores. Ich glaube, wir haben es noch nicht oft genug erwähnt. So in der Summe, wenn ich es dann komplett anschaue auf dem Gesamtbild, wie schaut es dann aus? Jetzt wieder mit den schönen leuchtenden Streifen im Hintergrund. Ich hoffe, das ist auf dem Video jetzt nicht störend. Ganz reduziert aufs Wesentliche meine Infrastruktur auf der linken Seite jetzt in dem Beispiel in ESX oder Hyper-V oder was auch immer, kann ja alles Mögliche sein, haben wir vorhin gelernt. Dann mein VM-Server mit einem Tape-Server, der natürlich auch ein Bestandteil vom VM-Server selber sein kann, aber irgendwie eine Komponente auch ausgelagert werden kann, genauso wie weitere Proxys übrigens und das Ganze dann eben hinten raus als Backup-Target auf den Silentbrick Pro, als Backup-Kopie weiter in den Silentbrick Max oder als Capacity-Tier weiter oder Direct-to-Object-Store unten drunter und dann eben über die Tape-Emulation auch die Möglichkeit, diesen physikalischen Airgap mit durchzuführen. Also, gesamtes Bild, ein komplettes 32110-Backup in einem Bild mit einem Softwarehersteller und einem Hardware-Hersteller und wenn ich das dann auch noch zusammensetze, schaut das Ganze so aus. Der Silentbrick Controller in der neuen Version ist natürlich VM-Ready im Bereich Repository und im Bereich Object und damit vollumfänglich nutzbar für das komplette Backup. Das waren meine Abschlussworte. Marcel, magst du noch irgendwas hinzufügen? Ja, im Endeffekt auch hier die VM-Ready-Zertifizierung, damit würde ich dann abschließen, ist eben genau die Zertifizierung, die es braucht, um hier offiziell mit zu agieren und diese SOSAPI, die man da unten sieht, also die Smart Object Storage API, ist eben genau in Richtung Objektspeicher relativ wichtig, weil wir dann die Kapazitäten auslesen können und auch die Lastverteilung noch fahren können, damit man dann auch wirklich Freude an seinem Objektspeicher hat. Wunderbar. Könnte ich schöner nicht sagen, damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und verabschiede mich gemeinsam im Namen der Webers. Jedenfalls. Besten Dank. Danke dir. Ciao. Ciao. Hart. So, und jetzt machen wir es mal mit Recording, oder? Vergiss es, ich sehe links oben das.